Es geht nicht um Geld. Die meisten Leute wollen nur Geld haben. Es geht nur um Geld. Nein, es geht nicht um Geld. Das Geldsystem ist die Munition, mit der die Umverteilung passiert. Der Glücksfaktor wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Man redet nur über Kohle. Das heißt, wir haben zwei große Gebiete von Arbeitslosen. Die einen sind in Monte Carlo und die anderen sind meinetwegen in Gelsenkirchen oder in Essen und sind auch arbeitslos. Das Geldsystem ist eigentlich schon eine Folge und ein Symptom anderer Grundlagen. Wenn wir ganz weiter runtergehen und gehen wir einfach mal davon aus, niemand hat die Erde selbst gemacht. Die Erde ist uns geschenkt worden im Rahmen dieser Schöpfung. Die Menschen sind auf dieser Erde irgendwann angekommen. Wir sind dann hier gewesen. Ich will das jetzt gar nicht erklären, wie. Aber ich bin dann irgendwann in einer Situation und kann dankbar sein, dass ich auf dieser Erde sein darf, die mir zur Verfügung gestellt wird. Der Mensch ist aber derjenige, der plötzlich anfängt, sich ein Claim abzustecken und sagt, das ist mein Eigentum. Die Frage ist, mit welchem Recht kann man überhaupt ein Stück Land besitzen? Und damit fängt das Ganze an und zwar mehr, als man eigentlich zum Leben braucht. Denn jeder hätte genügend Land. Wenn alle Menschen auf der Erde mit einer vierköpfigen Familie vergleichbar beispielsweise 1.000 Quadratmeter Land hätten, rein rechnerisch, dann würde die gesamte Weltbevölkerung auf Brasilien, auf die Fläche von Brasilien passen, nicht weit von ihnen entfernt, Brasilien. Das bedeutet also, die gesamte Menschheit könnte in Brasilien leben, wobei jede vierköpfige Familie dann 1.000 Quadratmeter hätte. Denn da wäre der gesamte restliche Erdball komplett leer. Also wir haben genügend Platz und genügend Raum für alle. Und damit fängt das Ganze eben halt schon an, wenn wir Eigentum haben und dadurch juristisch in der Lage sind, andere Menschen auszuschließen, meinen Grund und Boden zu nutzen. Ich kann nachvollziehen, dass jeder das Bedürfnis hat. Und ich bin auch dafür, dass jeder eine eigentumsähnliche Situation hat. Das bedeutet, mir gehört mein Grund und Boden und das möchte ich gern umzäunen können und sagen, ich möchte nicht, dass jemand anders in meinen Garten geht und die zehn Kartoffeln rausholt, obwohl ich die eine da vor drei Monaten reingesetzt habe. So, völlig klar. Aber was wir hier haben ist, dass hier einzelne Personen in einen Ultra-Reichtum geraten und sie können diesen Reichtum in Form von Grund und Boden oder von Bodenschätzen oder von Rohstoffen auf sich persönlich vereinen und damit alle anderen juristisch von der Nutzung ausschließen beziehungsweise nur gegen Entgelt es nutzen zu dürfen. Niemand hat je einen Liter Wasser produziert, niemand hat einen Gramm Gold oder Silber oder Platin oder sonst etwas produziert. Das hat uns die Natur geschenkt und die Menschen nutzen es und sagen, es ist mein Eigentum. Nun kann ich dazu sagen, ich selber bin ja auch jemand, der empfiehlt im Rahmen des Systems an bestimmten Stellen Rücklagen zu bilden, im Rahmen dieses Systems. Aber wenn wir die Grundlagen hinterfragen, dann müssen wir sehen, diese Umverteilung der Vermögenswerte, Rohstoffe, Grund und Boden und so weiter. Ja, das ist eigentlich das Ziel. Das Geldsystem ist die Munition, mit der die Umverteilung passiert. Es geht nicht um Geld. Die meisten Leute glauben, die Leute wollen nur Geld haben. Es geht nur um Geld. Nein, es geht nicht um Geld. Geld können sie sich selber drucken. Dafür haben sie die Pressen, da drückt einer auf den Knopf und dann fallen da unten ein paar Milliarden raus. Das können die selber. Nein, nein, es geht um die organisierte Umverteilung der Vermögenswerte, die man sich angeeignet oder annektiert hat. Letztendlich ist ja alles eine Annexion, jede Form von Eigentum. Dass man diese Fründe, die man da abgreift, immer mehr vergrößert. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass wir ein Geldsystem haben, welches die Wirtschaft stimuliert. Und die Wirtschaft sollte die Aufgabe haben, die Menschen zu befriedigen in ihren Bedürfnissen. Satt zu werden, es warm zu haben, Kultur zu haben. Ja, ein angenehmes Leben zu haben. Der Glücksfaktor wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Man redet nur über Kohle. Das sind alles diese Faktoren, die eine große Rolle spielen, die das Leben lebenswert machen und dann auch die Demut irgendwann zulassen. Das heißt, jeder nimmt sich ein bisschen zurück. Kein Sozialismus, im Gegenteil. Es gibt individuell unterschiedliche Menschen und derjenige, der besonders fleißig ist, der muss mehr haben als derjenige, der wenig hat. Aber, oder wenig leistet. Aber wir haben ein System der Umverteilung, welches mechanisch läuft. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn Sie einen Sohn haben, der geboren wird, heute an diesem Tag, und Sie sind selbst Milliardär. Sie haben eine Milliarde Dollar, Euro, egal, eine Milliarde. Und Sie vererben diese Milliarde an Ihren Sohn, der heute geboren wird. Und dieser Sohn, das heißt, Sie legen jetzt für ihn das Geld noch an, mit einem relativ schlechten Zinssatz, mit relativ schlechten Grundlagen. Dann kommen daraus ungefähr 130.000 Euro Zinserträge nachsteuern pro Tag. Ohne, dass irgendeiner was dafür gemacht hat. Bei einer Milliarde 130.000 ungefähr pro Tag Zinserträge. Diese 130.000 am Tag, dafür kann man übrigens ganz gut leben, wenn man sich zusammenreißt. Und diese 130.000 Euro, die kommen jeden Tag neu, aber die Milliarde ist dann immer noch da. Umgerechnet entspricht das ungefähr 50 Einfamilienhäusern in Deutschland in bester Lage pro Jahr nur an leistungslose Zinserträge. Aber dann ist die Milliarde immer noch da. Mit seinem zehnten Lebensjahr hat dieser Junge, der Geborene dann, bereits schon 500 Häuser mehr als am Tag seiner Geburt. Und die Milliarde ist immer noch da. Und hier wird das System deutlich, weil wenn ich dieses Geld bekomme aus dem System heraus, ohne eine Leistung zu erbringen, dann kann ich damit losgehen und kann jemanden beauftragen, für mich eine Leistung zu erbringen und ich bezahle ihn mit dem Geld, wofür ich nichts getan habe. Ergo, wenn einer Geld verdient oder bekommt ohne Arbeit, müssen ganz viele arbeiten, ohne dafür entlohnt zu werden. Das ist das, was dahinter steht. Und man kann dann über bestimmte Geldmengen politische Aggregate, indem man die Geldmenge aufbläht und versucht dann den Arbeitenden, die noch, damit sie motiviert bleiben, neues Geld zu geben, denn die wollen ja was haben dafür, dass sie arbeiten. Aber dieses neue Geld wird dann immer nachgedruckt, weil das meiste Geld, das werthaltige, geht in Form von Umverteilungen an die Ultrareichen durch Spekulation, die kam später dazu, und eben halt auch die verzinste Systematik. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Inflation dann irgendwann greift und die einfachen Leute dann immer mehr mit Geld arbeiten müssen, welches quasi zwischen ihren Fingern auch zerrinnt. Das ist die Inflation, die dabei rauskommt, während die Ultrareichen immer reicher werden. Und hier geht es jetzt nicht um das böse Reiche und die armen Guten, so rum geht es nicht. Man muss versuchen, das System zu verstehen. Die meisten Nutznießer, die meisten sogenannten Ultrareichen, die haben das System selber nicht verstanden, sondern es arbeitet für sie und die wissen gar nicht, warum. Sie sind der Meinung, naja, es passt doch alles gut. Und wir reden oft über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Und viele sagen, das geht nicht, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich sehe das auch so, dass das bedingungslose Grundeinkommen isoliert gesehen nicht funktioniert. Aber ein bedingungsloses Spitzeneinkommen haben wir schon. Denn wir haben ja jemanden, der Zinserträge hat, nehmen wir mal an 130.000 Euro pro Tag als normaler Milliardär. Das sind die Größenordnungen. Der braucht natürlich nicht arbeiten. Der ist quasi arbeitslos und hat 130.000 Euro am Tag als Arbeitsloser, als Kapitalanleger. Das heißt, wir haben zwei große Gebiete von Arbeitslosen. Die einen sind in Monte Carlo und die anderen sind meinetwegen in Gelsenkirchen oder in Essen und sind auch arbeitslos. Und die einen leben eben halt durch die Zinserträge und die Spekulationsgewinne. Die fließen nach Monte Carlo. Und die anderen, die jetzt in Essen oder in Duisburg leben, das sind diejenigen, die es über Sozialhilfesätze letztendlich zugeteilt bekommen. Von den wenigen, die überhaupt noch arbeiten können. Und hier merkt man, dass diese Struktur so wahnsinnig komplex ist und der Mehrwert für die Menschen insgesamt keine Rolle mehr spielt, sondern das Ganze zu einem Ponzi-Spiel verkommen ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.